War sie verändert? Wenn sie sich an das erste Mal erinnert, dass sie sie getroffen haben, war sie ein anderer Mensch? War sie wiedererkennbar sie selbst? Wo sind wir falsch abgebogen? Wie können wir die Dinge richtig stellen? Friedlich sein? Nein, da wohnt eine meiner Schwester. Ziemlich schief, mittlerweile. Mir gefällt's. Aber schon ein Stück weit bei mir. Es ging so, ich bin mit dem Rad gekommen. Ziemlich grün. Eher blau. Was? Mein Rad. Ich wollte was bewegen. Ich habe aufgehört zu schlafen. Und warum? Es gab mehrere Gründe. Die Hitze zum Beispiel. Es wird immer wärmer. Die Ökologie eines gesamten Kontinentes verschiebt sich fundamental. Das nenne ich eine geologische Veränderung. Davon rede ich nicht. Aber warum nicht? Wir könnten die Klimakrise stoppen. Innerhalb einer Generation könnten wir sie stoppen, wenn wir das wollen. wenn wir bereit sind Opfer zu bringen. Ich mache Plakate. Ich plante sechs liege in die Ritzen von Mördersteigen. Ich kette mich an Pipelines und lege mich vor Bulldozer. Aber das hilft alles nichts. Nichts von allen dem hilft. Ich weiß nicht, wie ich helfen soll. Welche Opfer? Ich habe genug getan. Mit der Umwelt, es ist nicht so, dass es einem egal wäre. Es ist einfach nur so, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Es gibt einfach viel zu viel. Ich habe einen Moment. Ich habe einen Moment. Wir haben ihn nicht.